Die Aussage, dass der Dajjal schon da wäre, ist das eine Aussage, die von den Gelehrten gesagt wurde? Ja. Es gibt Gelehrte, die sagen, der Dajjal ist schon da. Und dann gibt es Gelehrte, die sagen, nein, dieses ist so nicht richtig. Das hat mit einer Überlieferung zu tun bei Imam Muslim, dass ein Sahabi berichtet hat, dass er ihn gesehen hat. Und hier gibt es ein Ikhtilaf der Gelehrten. Allaahu, 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 Allaahu.